und damit startet das das grande cesto opening wir fangen an leute ich hoffe ihr habt sauft nicht zu viel übertreibt nicht wenn dann immer lieber wasser immer zweimal wasser habe ich macht was ihr wollt es geht los der erste roll des abends kommt für die ganzen leute die neu dabei sind was ist das reto das ist das grande cesto opening und was da gemacht wird ist wir haben 13 kisten original 13 kisten weil ich ja nicht mal mit dem dk aufmachen musste und wie werden jetzt rollen wenn ich fertig gerollt habe steht dann mit der tank heiler oder dps und ihr sucht euch was machen wir denn diesmal für eine regel ihr sucht euch was hat mir gehabt mit dem wir hatten vor zwei wochen hatten wir glaube ich mit dem lieblings tank dps oder heiler mit dem meist gehassten dps tank oder heiler und wenn ihr jetzt die rolle seht dann möchte ich dass ihr den speck schreibt den ihr für diese rolle re rollen würdet wenn ihr den ting spielen müsstet ja wir fangen an für die leute für die das zu schwer war erste roll kommt bevor ihr was schreibt moment wir gucken erstmal es ist das ist dps das ist noch ein pixel dps so es geht um dps ihr schreibt jetzt eine klasse in den chat auf dass ihr rerollen würdet wenn ihr eine neue klasse anfangen müsstet ja ab geht's auf geht's was würdet ihr als erstes twinken die eine klasse die noch nicht habt natürlich als dps rein mit euch es geht nur um die klasse die roll die speck ist egal es geht nur um die klasse rené halt die schnauze digga jetzt ich wollte nur sekunde nein warte rené so mage warlock warlock mage mage priester hunter warlock lock 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 ist ein viel lochs nicht nur von rené ist wow so viele haben bock auf vorlock okay machen wir warlock eins jungs wie login um die erste klasse steht fest es ist der warlock der warlock hat keine crafts mehr weil er dann raiden musste ich habe auch bock mit warlock zu raiden warlock raiden macht schon spaß macht auch gut dem wenn man das nämlich die übel rené du hast jetzt du bist ein jungfern worden ne du bist ein jungfern worden das war dein allererster timeout da kriegst du direkt noch einen hinterher da guck zack bumm ach der zählt nicht scheiße was brauchst du denn chat äh er braucht erst mal ne hat er schon wie wohl ok passt 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 hast du schon zwei shadowflame ne shadowflame und hier mastery blue silken lining ein ring wäre schön ok wir sauf wir holen die flasche schnapps wenn ein high versa slash maybe crit maybe ist egal hauptsache wirklich high versa aber crit ist gut ein high versa crit ring wenn pass auf es ist nur ein item drin weißt ich habe nur ein key gemacht es ist ein item drin wenn dieses item ein high crit versa ring ist zum beispiel der ring aus waycress manor dann hole ich nicht nur die flasche schnapps ich werde sogar twerken on stream während die kamera aus ist mich dreimal im kreis drehen fünf händstände machen kurz einkaufen fahren zurückkommen und direkt zwei schnapps trinken ist das ein deal weil die chance dass da jetzt und krit versa ring im ersten offen ist dann ist sowieso vorbei wir machen auf es geht los leute erste kiste des abends die wahrscheinlichkeit ist gering kamera an es ist ein deal es sind was ist das was ist das denn was ist das das kenne ich gar nicht woher ist das müll trinket trash seinen vater ich hätte das noch nie gesehen ist das hier aus aus doti ist das aus doti ja muss ja ne ich habe das noch nie gesehen werde ich das ever anziehen ich nehme es raus wisst ihr warum einfach nur damit ich für free upgraden kann und nicht so viele aspect streaming quest haben muss denn äh ein sockel ist mir wane ich nehme es einfach nur raus zum upgrade okay lungs die erste kiste haben wir schon mal fängt schon mal gut an sehr geil aus unwissenheit flatscht und nein okay damit fangen wir nicht an direkt die nächste spitting wheel auf geht's kein dps kein dps kein dps ich will nicht so kein dps gut es ist tank okay wenn ihr tank spielen müsstet welchen tank würdet ihr spielen ab in den chat jetzt während ich upgrade worry dh dk dk monk worry monk dh dk 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 okay dh oder dk wie jetzt einer der beiden schreibt es einfach nur rein weil es kurze buchstaben dk so viel dk okay what the fuck dh dk dh dk 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 gewinnt dk gewinnt okay upgrade fertig dh 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 dk 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 ja dk gewinnt ja sehr angenehm für mich denn die wahrscheinlichkeit dass der dk ein upgrade hat ist glaube ich sogar fast null moment was braucht der dk der braucht nur stiefel nur stiefel sonst gar nix die setzen eigentlich ziemlich egal äh er bräuchte stiefel wenn da jetzt random in diesem einen slot den ich habe der hat ja keine raid chest und der hat nur ein dungeon gemacht wenn da jetzt stiefel drin sind ich leck ein besen bis der kommt ja es geht los wir machen auf warte kurz warte 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 moment 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 ich sehe gerade dass ich die stone scales noch auf hc habe okay wir machen zwei wenn wenn da jetzt schuhe sind oder die stone scales dann wird das gemacht was ich vorhin gesagt habe inklusive twerken okay los geht's müh Müll! Ist Müll, das ist so Müll!laub ich es mitnehmen? Brauche ich noch überhaupt einen Sockel? Ich habe davon vier, brauche ich überhaupt noch einen Sockel irgendwo? Hassock, Hassock, Hassock … Ich brauche keinen Sockel! Ja, dann nehmen wir's einfach mit, einfach nur um es zu haben. Maybe Witzter gebufft, Maybe Witzter geil, I don. know. Mythic En bust trinket … durch! Das kann ich upgraden, ne? Das kann löschen und das kann ich upgraden. Sekunde, das muss ich noch machen, dann kann ich jetzt endlich gut M plus gehen hier. Machen wir nachher, scheißegal. So, nächster Char, laut Skit. Auf geht's. Okay, zwei Chars, null getrunken, das ist schon mal ein sehr guter Anfang. Was ist das? Das ist mit einem Pixel DPS, das ist kein Tank gewesen. Das war mit einem Pixel DPS, Leute. Das war, nein, 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 das, nein, das war DPS. Das war mit einem Pixel, das war nicht zweimal Tank, no, das war, das war so, ich bin extra an dem Bildschirm, hab den Pixel gezählt, hab ich wirklich, ich habe Ant-Man angeschrieben und gesagt, Ant-Man, mach dich mal klein, äh, Quantummäßig und das war DPS, also könnt, Ant-Man hat gesagt, ich hab dich noch am Telefon, Ant-Man, hallo? Ja, er hat gesagt, ist, ist, so, ab in den Chat. Welchen DPS würdet ihr spielen, wenn ihr gezwungen werdet, zu re-wallen? Auf geht's. Mage, Mage, Rogue, Rogue, Monk, Mage, Mage, Tank, Mage, Magier, Mage, 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 Digger, okay. Warum wollt ihr alle Mage und Warlock spielen? Jungs, ihr lügt! Die erste Abstimmung war Warlock, die zweite Abstimmung ist Mage. Wenn ihr wirklich alle Mage und Warlock so gern feiern würdet, hätten wir mehr Warlocks und Mages da draußen. Keiner, kein Schwanz spielt Warlock und Mage. Keiner. Hat einen Grund. Alle wollen, keiner will es sein. Das ist genau wie alt werden. Jeder will es werden, keiner will es sein. Ganz philosophisch. So, wir machen auf. Äh, was brauchen wir denn? Hals. Äh, mit High Mastery. Ich brauche mehr Mastery. Guck mal, ich habe 5700 Mastery. Gib mir mal ein richtig sickes richtig High Mastery Hals. High Mastery Hals. Würde ich schon feiern, würde ich sagen, ne? Ein High Mastery Oh, Trinket. Oh, Ringe. High Mastery Ring. Der Ring von DHT. Der Ring von DHT. High Mastery Hals. Oder Äh, 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 äh. Umhang. Okay. Das sind die 3. Also auch High Mastery. Wenn das drin ist und wenn dann noch High Mastery und Crit drauf ist, dann wird sogar noch direkt einer dazu getrunken. Dann wird nicht nur geholt. Beim ersten Mal wird nur geholt. bei dem zweiten, dann wird komplett weggesoffen. Es geht los, wir machen auf in drei, zwei, eins. Das ist ein Gürtel. Das habe ich doch schon hier, Dings. Nee. Das ist ein Gürtel. Ich meine, dann könnte ich dann, wenn, umcraften, aber nur, wenn da wirklich High Mastery-Crip drauf ist. Haste wäre komplett so gar nicht. So richtig Braucht ein Haste-Werser? Niemand? High Haste-Werser? Dings, ne? Fire Mage geht auch Haste-Werser oder nicht? Und Dings kann auch gehen, aber Fire Mage geht auch Big Haste-Werser oder nicht? Hä? 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 Ja, Haste-Werser ist Fire Mage. Und was ist mit Arkane? Mastery-Crip, ne? Gar nicht, ja. Spielen wir Fire? Maybe spielen wir nochmal Fire. Komm, wir nehmen es einfach mit für Fire. Wir nehmen es nochmal mit für Fire, würde ich sagen, ja. Nehmen wir mit. Let's fucking go. So, das war jetzt DPS. Das heißt, jetzt darfst du nicht nochmal DPS kommen, aber das wäre das zweite Mal. Auf geht's. Heiler noch, ne? Komm, mach mal Heiler. Tank! Ist okay. Können wir nehmen. Wenn ihr Tank spielen müsstet, was wäre eure beste Klasse, um Tank zu spielen, von denen, die noch übrig sind? Droide. Wer nimmt Droide als er... Wer nimmt Droide freiwillig? Pala, Pala, Worry, Pali, Pala, Pala... Okay, okay. Die haben Warrior, Dekar, 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 Monk, Droide, Pala, Worry. Keiner? Keiner, kein Dekar. Nicht Brewmaster. Worry, Worry, Pala, Worry. Okay, Pala und Worry sind gerade die beiden. Die beiden... Dekar haben wir doch schon. Dekar ist fertig, jung. Dekar ist offen. Machen wir Worry oder... Okay, ihr dürft noch mal abstimmen. Ab jetzt. Ich resente alles. Ab jetzt. Jeder darf noch einmal schreiben. Monk... Äh, Entschuldigung. Worry oder Paladin. Auf geht's. Worry, 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 Pala, Pala, Worry, 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 Pala, Pala, Pala... Dekar, das ist 50-50! Pala hat gewonnen. Ich mache jetzt Paladin. Paladin macht aber als Heiler auf, weil Paladin in Zukunft heilen will. Das sieht man schon an den schönen lilanen Händen, die er anstatt gerade anhat. der hässliche. So, wir machen einen anderen Song auf, weil der suckt ass. Nice, der suckt auch ass. Wir machen einen richtig schönen Banger-Song, komm. Oh, ich werde wieder DMC8 dadurch, ne? Oh, ich werde wieder... Was ist das für ein Song? Nein, der Song ist geil eigentlich. Aber ich werde DMC8. Kennt ihr den Song? Der ist... Nein, ich werde DMC8. Machen wir den nächsten. Ne, machen wir den? Machen wir den. Okay, wir machen den Song. So. Entschuldigung für den Brainfart. Dieser, oh, dieser Paladin will eine Gilde suchen und finden, in denen er heilen kann. Ich möchte Paladin Heiler spielen. Deswegen wird er auch alles dran setzen, Paladin hier Loot zu bekommen. Ich habe schon dat Dingin hier. Ich habe auch schon dat Dingin. Dat hab ich auch und dat hab ich auch. Die beiden habe ich schon. Also viel besser kann es nicht werden. Ich weiß nicht, was drin ist. Wir machen eine ganz klare Sache. Wir stellen auf Holy. Wenn da jetzt irgendwas drin ist, was ich legit anziehen werde als Holy, haben wir einen Deal. Aber nur um die Flasche zu holen. Dafür ist der Deal viel zu krass. Es geht los in 3, 2, 1. Ah, fuck, der war Raiden. Habe ich nicht mehr dran gedacht. Oh. Das ist nicht gut. Ich glaube, die ist gut. Was geht man denn? High Crit und? Scheißegal, ne? Hauptsache der ist gut. Rivet Sealed Waste Plate. Was ist dies? Ah, shit. Oh Gott, was macht er denn hier? Warte kurz, warte kurz. Was ziehen Holy Palas an, Bros? Crit maß. Ist das der Bissgüttel? No. Der hat ein bisschen mehr Crit. Der von Laro da, aber der ist auch mehr accessible als der, weil den viele nicht haben. Plus avoidance. Oh, shit. Oh, shit. Da ist noch ein avoidance drauf. Nur holen, nicht nein. Nur holen, nicht trinken. Ist okay. Ist okay. Oh, shit. Oh, shit. Das darf nicht laufen. Ey, das ist Heidi MCA. Weiter geht's. Weiter geht's. Die Flasche, ja, die soll halten für das ganze Jahr. Ich glaube nicht, dass wir das dieses Jahr durchhalten. Letztes Jahr haben wir eine Flasche Bauer Haselus Spreitose Geist bestellt. Und die hat versprochen ein Jahr gehalten. Der Monat ist nicht mal um und das Ding ist halb leer. Ich weiß nicht genau. So, aber wir haben nur geholt. Wir werden nicht trinken. Wir haben nur geholt. Ich bin sehr glücklich über den Umhang. Armschiene, Gürtel. Mein Gott, ich bin jetzt schon besoffen, wisst ihr? Das ist Konditionierung. Das Gehirn weiß Bescheid. So, Spin the Wheel. Weiter geht's. Tank, ne? War das gerade? Nicht nochmal. Nein, 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 nein. Es ist aber das zweite Mal. Das ist das zweite Mal. Es darf nicht nochmal kommen. Dann wird es schwierig. So, du hast nicht mal gesorgt. Ja, es war ja auch der Deal. Das war der Deal nur zu holen, nicht zu trinken. Dafür war der Deal zu hart. So, ihr seid dran. Nochmal Tank. Was würdet ihr spielen? Wahrscheinlich dann DH. Oder? Nee, Warrior Parlor war es. Wo kommt der DH her? Es war doch gerade Warrior und Parlor. Warrior und Parlor. Warrior und Parlor. Und jetzt sagen wir mal, DH? Dudu? Nee, Dudu. Keiner will Dudu spielen. Okay, ihr dürft entscheiden. Warrior. Dudu? Okay, entscheidend. Ich sag, ich misch mich nicht ein. Ihr dürft. Ihr dürft. Ihr dürft. Ihr dürft. Dudu? Jetzt wollt ihr alle Dudu aus Protest, ne? Igel hörst zu spämmen. Ich hau dich. Dudu? Okay, wir machen Dudu. Dudu, Dudu, Dudu. Ich hab jetzt Hunger auf den Scheiße. Ich ess das jetzt. Was ist das? Das hab ich mitbekommen mit Schuhe. Was ist das? Vegane... Was ist das? Ein Tetris. Kein Wunder, dass es ein Tetris ist. Hm. Nicht zu süß. Das ist gut. Und Chewy. Das ist auch. Oh, lecker. Das ist lecker. Lecker, lecker. So. Den machen wir auch auf Heal. Er hat den schon auf 83. Der hat den schon auf 83. Machen wir denselben Deal. Wenn ich irgendwas daraus ziehe, was ich für Heilung wirklich unironisch anziehe, dann, dann ein. Okay, okay. Aber nur ein. Nur ein, klar. Einen halben. Einen halben. Auf geht's. Oh, hab ich schon? Hab ich schon ne Brust? Hab ich schon. Gerettet, Jungs. Gerettet. Ich habe schon. Ich habe schon. Sehr gut, Leute. Okay, weiter geht's. Nächster. Oh, ne. Warte, nicht nochmal tanken. Es darf nicht nochmal. Nein, 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 nein. Oh, DPS auf geht's. Ja, ich werde heute den ganzen G-C-O gar nichts trinken. Perfekto. Ihr seid dran. Und zwar mit eurem DPS. Es ist noch übrig. Hunter, Evoker, Priester, Cham, alles. Eigentlich ist noch alles übrig. Also alles kann man im DPS spielen. Guckt da, wo ein Fragezeichen steht. Das dürft ihr auch so. Worry, Worry. Rook, Priest, Feral, Hunter, Hunter, Hunter. Worry, Cham, Worry, 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 Hunter. Okay, Hunter, Worry, Hunter, Worry, Hunter, Worry, Hunter. Evoker, Evoker, Worry. Hunter, Evoker. Oh, das ist lecker, Alter. Fuck my life. Tidris. Worry. Okay. Worry. Worry. Ach so, by the way. Wie sieht es auf Twitch aus? Überraschend wenig. Ich habe viel mehr erwartet. Und davon hat der hier 20... Schraud spielt es. Und davon hat der hier 20... Schraud spielt es. Guck mal, wir haben hier oben übelstlichen Monster. Und trotzdem nur 137 K. Das ist schon wenig. Boah, ich habe schon wieder Bock auf das Game, ne? Wir gehen da zocken. So, Warrior. Schultern. Gut, ich mache nur einen ganz... Boah. Ich gebe euch zwei Deals. Deal Nummer eins. Deal Nummer eins ist, wenn da jetzt was drin ist, was ich wirklich brauche und anziehe, unironisch, dann trinke ich einen halben, weil die Wahrscheinlichkeit ist schon hoch. Oder Deal Nummer zwei, wenn das Trinket auf Mythic drin ist, oder der Bissring auf Mythic drin ist, oder der Bissgürtel drin ist, dann trinke ich dafür einen ganzen. Wollt ihr Deal eins oder Deal Nummer zwei? Waffe? Waffe habe ich glaube ich, aber die Waffe ist trotzdem besser. Ne, habe ich nicht, aber die Waffe ist gut. Die würde ich eh nicht ersetzen, die würde ich nur upgraden. Ihr seid euch nicht sicher, ne, welche? Zwei, eins, 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 zwei, soll ich nochmal wiederholen? Zwei, eins. Okay, machen wir einen Omega-Deal. Wenn Upgrade drin, ich trinke einen ganzen, okay? Stell okay in den Chat, bevor ich wieder Daumen runternehme. Ihr müsst okay schreiben, sonst gehen die Daumen runter. Die Daumen gehen runter. Ne, kein Plus. Okay, okay, da, ich habe einen okay gelesen. Okay. Die Leute auf der rechten Seite müssen mehr okay schreiben, Ickel. Ich mache euch nicht. Schöpast. Auf geht's. Machen wir. Ist das nicht derselbe von gerade eben? Mit High Mastery Crit? Äh, Haste? Crit Mastery? So rum, ja. Fuck. Fuck. Warrior. Einen, ne? Einen, 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 einen. Ich kann gar nicht ganz upgraden. Ich habe nur, ich habe zwei zu wenig. Oh, worry ist finass. Eine, eine, eine Flasche, natürlich. Einen. Boah, ich habe so gar keinen Bock, Jungs, ne? So gar nicht. Äh. Okay, wir rollen ein, ja komm, wir lenken uns nicht ab. Ich mache das nicht wie letzte Woche, wo ich dann 30 mal hin und her schiebe. Wir machen das wie ein Mann. Was ist das denn hier? Ich habe alles vom Show bekommen. Powerbass? Ich weiß nicht, was das ist. Ich habe alles vom Show bekommen. Prost. Oh, lecker. Oh, scheiße. Nein. Wenn, manchmal schmeckt der gut, manchmal schmeckt der, und gerade eben schmeckt der richtig gut. Das ist nicht gut, dass es mich schmeckt. Wir rollen. Wir hatten Tank, ne? So, machen wir was anderes. Nicht tanken. Nicht tanken. Nicht, nein, 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 nein. Gut, nein, 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 nein. Zwei. Zwei Tank. Monk oder Demon Hunter. Ach, wow, DPS stimmt. Es war, Moment, es war, es war DPS, du hast recht. Oh, danke, du hast mich gerettet, weil ich auf Tank war. Ja, ja, du hast mich gerettet, danke. Ich habe schon, gut, wir haben resettet. Alles gut, danke schön. Keiner mag dich jetzt. Alle hassen dich, dass du es gesagt hast. Monk, Monk, Monk. Okay, wir machen Monk. Wir machen Monk. Let's go. Entschroudet jeder Death and Shroud? Bro, ich wäre sowas von dead. Habt ihr das geklippt? Ich glaube, ihr habt das geklippt, oder? Ich glaube, ihr habt das geklippt, oder? Pala hier, nix, match, diese Flawless. Junge, das war so witzig, Junge. Nein, wer hat das denn da geklippt? Du musst es doch mit dem Song machen, Bro. Mit dem... So. Hab ich das nicht gesagt? Jetzt geht's los, Leute. Jetzt gibt's flawless Gameplay. Ach, das habe ich danach gesagt. Jetzt geht's los, Leute. Es war so gut. Jetzt gibt's flawless Gameplay. Warum? Die Sache ist, ich bin davor schon zehnmal an dieser selben Stelle gesprungen. Und dann habe ich gesagt, so, jetzt mache ich es. Habe die Musik angemacht. Jetzt gibt's flawless Gameplay. Und ich sterbe in der Sekunde, wo ich sage, warum ist das eine Lücke? Warum? Wieso fällt man hier runter? Jetzt gibt's flawless Gameplay. Warum geht das hier 30 Jahre nach unten? Ich verstehe es nicht. I can't tell you. So. Ich habe jetzt schon wieder Bock auf Entschordet. Lass uns fertig werden mit GCO. Ich will Entschordet spielen. So. Mach auch... Nein, nein, nein. Warte. Ich muss erst einen Deal machen. Auch hier Heal. Ich will auch mal ein bisschen auf Heal gehen hier. Missfieber. Irgendwas Gutes für Missfieber. Einen. Wenn ein Hals drin ist... Wenn was Gutes für Missfieber drin ist, einen Halben. Wenn ein Hals drin ist, einen. Mehr nicht. Mehr, mehr. Nein, nein, nein. Mehr dies machen wir nicht. Auf geht's. Ich habe letztens schon den bekommen, der war insane. Was ist das denn? Offhand. Aber die Offhand ist gut, ne? Ne, die ist Kacke, meine ich. Die ist mega Kacke, meine ich. Da ist Heal Skritz. Die ist Giga Ass. Also werde ich die anziehen? Ich weiß nicht. Werde ich die? Ah, keine Ahnung. Wie dem ist mit? Das ist ein ganz kleiner. Das ist ein Viertel. Das ist ein Viertel Fitzelchen. Okay. Ein Viertel Fitzelchen. Sieht aus wie ein Hals. Ne, das ist eine... Irgend so eine Lampe. Für die Offhand ist das. So, ziehen wir an. Ist okay. Nächster. Auf geht's. Wir stehen immer noch nur ein Tank. Mehr ist das nicht. Gut. Jetzt auch endlich mal Heal. So, jetzt seid ihr gefragt, Chad. Wenn ihr einen Heiler spielen müsstet, euer Raidlead sagt euch, ey Jungs, ihr müsst auf Heiler rollen. Welchen Healer wollt ihr spielen? Auf geht's. Priester? An alle Leute, die Priester geschrieben haben. Was für ein Priester. Jetzt müsst ihr den Speck reinschreiben. Ich habe auf Free Holy Werbung gehofft, aber viele schreiben Disc. Von einer Skala von 1 bis 10. Wie gut denkt ihr, beherrscht ihr den Dissi? Ab geht's. Ich logge schon mal um auf Pröster. Prost. Prost. Sollen wir mal bald einen Stream-Overall-Disk-Priest-Coaching machen? Markistan, der lebt noch in der Vergangenheit, der hat jetzt erst in Speck geschrieben. Okay, ähm, Priester, was brauchst du? Ein zweites Embellishment wäre schön. Ring, ne? Ein Haste-Krit-Ring, ich trinke einen ganzen, sonst nicht. Auf geht's. Let's go. Ich war auch mit dem... Ich muss aufpassen, Alter. Oh. Nein, brauchen wir nicht. Fuck. Müll. Jetzt auch Müll. Müll. Das ist ein Sockel, Jungs. Das ist ein komplette... Ich weiß nicht so genau. Ich bin Raidleet und du bist verdammt an Bamba. Das ist richtig Ass. Wir haben einen Sockel, den kaufen wir auch schon mal. Aber ich weiß noch nicht mal, ob ich den anwende und worauf ich den anwende. Das macht nämlich alles keinen Sinn. Maybe den Ring mit Super-High-Haste? Ne, das ist ein Haste, das ist ein... Bro, die ist einfach nur alles Arsch. Wir spinnen den Wheel. Jetzt muss man wirklich was kommen, Jungs. So. Tank. Es ist nur noch der Demon Hunter übrig. Wir loggen direkt auf den Demon Hunter. Das gibt's doch nicht. Ich hab jetzt... Wieso krieg ich Hunger? Ich hab Hunger jetzt auf Süßigkeiten. Scheiße. Warrior. Ne. Demon Hunter. So. Oh, der ist aber wichtig jetzt. Der Demon Hunter ist wichtig. Der braucht, äh, Actually Gear. Weil das unironisch jemand ist, der auch wirklich mit dem Gear noch was anfängt. Der ganze Rest geht schon schlafen. Ähm. Oh, da hab ich ein Deal für euch. Die Time Strike Waffe, die hier. Und ich trinke, ungelogen, direkt zwei. Zwei hintereinander. Oder das, äh, Death Trinket. Das Cheat Death Trinket. Dann trinke ich einen. Ist das ein Deal? Mehr machen wir nicht, ne? Oder ein Hals. Der, ja gut. Okay, wir machen einen anderen Deal. Komm. Komm, komm. Wenn da was drin ist, was ich unironisch anziehe, wenn es ein Upgrade ist, dann wird getrunken. Das ist ein Deal. Auf geht's. Oh, shit. Oh, shit. Ich hab aber schon zwei gute Ringe. Ich hab sogar... Das ist der Bissring, ne? Das ist legit Bissring, ne? Scheiße. Haben nicht so viele an. Warum nicht? Weil die auf Crit gehen. Haste Versa. High Crit für Full Parry oder was gegen die? Crit Haste. Versa ist Wurst. Aber Versa ist der beste DPS-Set. In High Kies. Full Parry. Ehrlich, die gehen Full Parry. Du willst High Crit und Haste. Das weiß ich ja, dass du High Crit und Haste willst. Deswegen sind ja meine ganzen Sachen auf Crit und Haste. Aber Versa simt einfach so viel höher. Ist dir das egal, oder was? Die Frage ist dann, was würde man für einen Ring anziehen? Den Dings hat keiner an, ne? Ich denke schon, dass er trotzdem gut ist. Komm, wir nehmen den. Ach, also, wir haben ja eh keine Dings. Wir nehmen den. Ich glaube schon, dass er gut ist. Zumindest mit dem Setter, was ich jetzt gerade habe. Und zu Lutz haben wir den schon mal. Das ist schon mal nice. Ich kann nicht aufhören. Die sind lecker. Halt die Shit. Scheiße. Komm, wir haben noch eine Feierabendbettel. Dann werde ich ja fett. Wie viel Zucker ist da drin? Fuck. Wie viel? Ich dachte, die sind Zucker frei. Fuck. 73 Gramm Kohlenhydrate. Daraus Zucker. Ne. Ne, geh weg. Deswegen schmeckt es auch so gut. Ich esse normalerweise nichts mit Zucker. Kein Wunder, dass sie gut schmecken. So, äh, weiter geht's. Spin the wheel. Ich habe doch noch ein schönes Hähnchen mit, äh, äh, Reis. Oh, shit. Warte mal. Das war das zweite Mal, oder? Zwei. Hat er trinken? Nein. Das ist ja nicht etwas, was ich unmittelbar anziehen werde. Wenn es ein Abkrieg wäre, was ich jetzt unmittelbar anziehe, dann ja. Aber so hat der doch nichts gemerkt. Der hat nichts gemerkt. So. Was war das Trinken? Ne, haben wir nicht mehr. Ja, komm, dann sucht euch aus. Ihr seid dran, shit. Scheiß mal auf die Roll des... Wir rollen trotzdem noch, damit ich euch natürlich die Möglichkeit nehme. dass ich trinken muss. Aber, äh, wir brauchen nicht mehr, weil wir haben nur noch. Ein Heiler, zwei Heiler, zwei CDs. Auf geht's, dieser dran. Nochmal rollen. Ne, 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 ne. Ne, 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 ne. Ich weiß, worauf du rollen aus willst. Chami, Hunter, Trinken, Evo, Hunter, Evo, Hunter, Evo, Hunter. Okay. Es wird entweder Hunter oder Evoker. Hunter. Evoker. Evoker. Hunter. Evoker. Hunter. Hunter. Evoker. Hunter. Evoker. Wait, das war aber zwei-, dreimal Wheelie jetzt. Also hat der, äh, Hunter gewonnen. Hunter hat gewonnen. Hunter hat gewonnen. Ist da wenigstens kein Zucker drin? Hier ist kein Zucker drin. Die sind zuckerfrei. Chat. Eins in den Chat, wenn ich sie am Leben lassen soll und die Tüte umgeöffnet lasse. Zwei in den Chat, wenn ich sie aufreißen und essen soll. Also die Tüte. Weg damit. So. Oh, ich hab sie heile gelassen. Nein. Das ist jetzt ein veganer, zuckerfreier Snack. Ich muss noch einen essen. Moment. Okay. Kann man essen. Auf geht's. Nein. Nein. Stopp. Ich wollte was anderes anmachen. Den wollt ihr anmachen. Äh, Deal. Nein, 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 nein. Das gilt nicht, Chat. Nein. Als ob. Das. No. Na. War das doch mal Tank? What? Na. Bro, das war ein Versehen. Das. Ich hab mich für den Talz-Ock da jetzt wirklich. No way. No. Nein, das könnt ihr mir nicht antun. Don't do this to me, please. Das. Das kannst du nicht machen. Nein, das. Du meinst. Yo, Alter. Jetzt geht's los. Wegen Ehre. War das wirklich ein Beispiel? Die Scheiße. Okay, pass auf. Wir machen jetzt ein Anti-Deal. Okay? Pass auf. Warte, warte, warte. Wir kriegen das hin. Ist okay. Wir machen jetzt Musik raus. Hört mir genau zu. Hört mir genau zu. Wir machen jetzt einen Konter-Deal, okay? Wenn da jetzt eine Waffe oder ein Ring drin ist mit den richtigen Stats, das sind Haste und Crit, ja, also wirklich High-Haste. Eine High-Haste, Crit-Waffe, Umhang oder Ring. Das sind die drei Ringe. Dann, warte kurz. Hört mich doch, hört doch kurz zu. Dann verdreifache ich den Deal. Dann trinke ich nicht nur jetzt von dem Rad, sondern auch noch wegen dem Loot und wegen dem Deal noch einen oben drauf. Dann trinke ich drei. Aber wenn das nicht drin ist, dann wird alles fallen gelassen. Ist das ein Deal oder was? Scheiße, ey. Die haben dazugelernt, ey. Zu BFA konnte man den Chat noch verarschen mit sowas. Und die so, ja, geil, ist besser und so. Und jetzt wissen die Leute, Brudi, es ist scheißegal. Das ist gut, das ist erwachsenes Denken. Das ist einfach, ihr wollt, ihr habt es in der Hand, dass ich einen trinken muss und ihr gebt den nicht weg. Egal, ob der Moderator kommt und sagt, möchtest du noch für eine Million Dollar spielen? Dann sagst du, nein, fick dich, Johann Kraus. Nee, Günther ja auch. Gib mir meine Kohle, ich verpiss mich jetzt. Ist okay. Ja gut. Dann Ehremänner, ich vergleiche meine Schulden. Ist scheiße. Fuck. Johann Kraus ist schuld. Prost. Günther Gau. Boah. So, wir machen auf. Ich bleib bei dem Deal. Wenn Ring, Waffe oder Umhang mit High Haze drin ist, ein auf den Nacken. Auf geht's. Scheiße, das ist ein Güter. Bitte ist da kein Haze drauf. Mit Sockel oder was? Mit... Entschuldigung. Boah, Alter. Kann ich noch einen anderen Deal machen? Two Shots of Vodka? Wie viel hattest du schon, Doc? Äh... Weiß ich nicht mehr. Ich nehm den einfach mal raus und... Ach Gott ey. Gegen Ende auf einmal, ne? Gegen Ende geht's hoch. Ja, geil. Okay, wir rollen. Äh... Spin the wheel. Hier. Schamane oder Awokka? Jetzt dürft ihr entscheiden. Auf geht's. Hab ich den schon eingerungen? Ne, ne? Hab ich? Nee? Scheiße. Okay, ich hab irgendeinen mit Waldmeister oder so erwischt und dann mit dem Haselnuss. Oh, nee, so gar nicht. So, nee, lass mal. Boah, öh. Diese Veganen, die haben ja keine Gelantine, ne? Gelatine? Gelantine? Ist es mit M? Das war deine falsche Entscheidung. Nein. Das war dein Spotsfreund. Keine Ahnung, was er will. Gelatin. Deutsch, Englisch. Gelatin. 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 Gelatin, okay. Ich... Das ist ja ohne Gelatin. Wer hat gewonnen, by the way? Schamane oder Awokka? Ewo, Ewo, Schami, 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 Schami. Schami hat gewonnen. Ui, ui, ui. Schami hat gewonnen, Jungs. Wir gehen auf Schamanski. Let's go. Den musst du in den Cutter packen. Ja, ich weiß. Hier. Aber da ist aber weniger Haste drauf. Ich guck später noch mal. Eins von drei Schotzen? Ne, ne, ne. Ich hab meinen Soll erfüllt. Ich mach nur ein Deal mit euch. Ich mach zwei... Drei Deals mit euch. Drei Deals. Umhang mit High Haste Mastery, Waffe mit High Haste Mastery oder das Trinket von Atal Dazaar. Wenn eins davon drin ist, auf geht's. Wie gut ist das für Enhancer? Wait a second. Daran hab ich gar nicht gedacht. Oh, wie gut ist der? Ziehen die Leute den an? Müsste eigentlich auch gut sein. 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 Aber es wäre nicht die Wette. Oh! Der ist sogar besser als der von Atal. Ist das bis? Bis, 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 bick. So, Chat. Jetzt bin ich dran. Aber ihr zieht mich immer auf. Bei jeder Kleinigkeit. Ne, ich hab mich einmal verdrückt. Ich hab mich nur verdrückt. Und ich muss einen trinken. Hier würde ich genauso Stock im Arsch. Oder eine Branch im Arsch. Das war nicht Teil des Deals. Auch wenn's ein Biss-Trinket ist. Ich habe gesagt, Atal Dazaar-Trinket. So, jetzt will ich mal sehen, wie ihr euch da rausredet. Jetzt seid ihr gefordert. Habt ihr dazugelernt? Du bist so ein Al- Teil des Schiffs, Teil der Crew. Bist es gleich saufen? Dude, das sind Ringe von Shadowlands. Wo kommt ihr denn auf einmal hier mit eurem Gewohnheitsrecht? Was soll das? So hole er den Clip. Habt den Clip dafür. Ach, den Clip, den ihr jedes Mal postet. Bis gleich saufen. Wer auch immer diesen Clip. Ich schwöre, ich finde den. Ich gucke, wer das war. Ich gucke, wer das irgendein... Ich schwöre, ich finde diesen Jungen. Created by all time. Der ist aber jetzt nach Dings notiert, ne? Created News. So. Was ist das? Oh Gott, der ist ja schon sehr alt. Regeln für den HC. XD-Hacker. Große. Was ist denn das für... Oh mein Gott, unser FRAG-Vibe hat schon 1500 News, Digga. Das ist so neu. Oh, die müssen wir mal alle durchgehen, ne? Pommes in die Nase. Das ist der Clip von damals. Ist die Pommes okay? Reicht die aus? In die Nase. Boah. Pass auf. Hm. Hm. Ich hab irgendwie keinen Durst mehr. Ich will nicht mehr trinken. Wie kamst du da drauf? Ich glaube... Äh... Wie hieß der nochmal? Iltis? Nein, wie hieß der fucking... Du hieß der nochmal von Northern Sky. Nicht Iltis, Digga. Wie hieß der denn? Fuck my life. Iltis, Digga. Ist der nicht mal da? Wie hieß der denn? Irgendwas mit E. Nicht Easy. Wie hieß der nochmal? Illish. Ja, I. Ja, Illish. Illish hat 10 Euro donated dafür. Wo ist der denn? Gibt's den gar nicht mehr? Scheißen, Dreck, ey. So. Letz... Ne, vorletzter. Es gibt noch einen Evoker. Wir loggen jetzt auf den Evoker. Und dann machen wir zuletzt den... Mega geilen Ultra Rogue. Auf geht's. Jetzt bei Nonsense. Illish ist bei Nonsense. Für 10 Euro sich so ein Ding in der Öffnung schenken. Ach doch, ja, da war ich ganz frischer Streamer. Da war ich ein ganz, ganz kleiner Streamer. Da war schon jetzt abgehoben. 10er Giftsab, sagt er gar nichts mehr. Nein, Spaß natürlich nicht. So. Ich kann keine Wette mit euch eingehen. Doch, weiter mal. Wir haben ja re-cleared. Ich habe eine Mythic Vault drin. Der Zindralhals. Oder das Nymu Trinket. Das war's. Mehr kann eigentlich nicht. Okay, let's go. Kokse, Pisse, Scheiße, Wichse. Einfach nur Ass. Das Ass. Hast du gefunden. Let's go. Wo Tindralhals ist gescammt. Das ist wieder aber meine Schuld. Weil letzte Woche habe ich gesagt, diese Woche wird besser. Aber ich hatte diese Woche auch keine Zeit gehabt. Diese Woche sage ich aber nicht, nächste Woche wird besser. Warum nicht? Weil ich die ganze Woche wahrscheinlich dieses fucking Game suchten werde. Ich habe jetzt 2,7 Stunden spielt. Spielt. Und deswegen werde ich auch wieder nur einen Key machen pro Char. Mehr werde ich nicht schaffen. Warum esse ich die ganze Zeit? Weil ich Hunger habe. Scheiße. Ich weiß, dass ich da gar nicht... Ich habe durch die Tür, in der Pfanne, richtig lecker, Hähnchen mit Zwiebeln, Gewürze, Curry und noch schönen Reis. Der schön ein Tag alteste Reis, der schön richtig schön zusammenpappt. Mh. Ich esse hier so einen Schrott. So. Der letzte Deal des Abends, Chat. Und dieser Deal wird der Deal der Deals. Wenn was drin, dann sauft. Also wenn was... Moment. Wenn irgendein Item drin ist. Ganz normal. Es ist ein Item drin, was ich anziehen werde, weil es besser ist. Jetzt ist ein Upgrade. Dann eintrinken. Starscream, Dankeschön. Danke für die ganzen Was-die-sind-der-Hammer. Und danke für die Guides, die sind immer sehr hilfreich, kleiner als drei. Für die ganzen W.A.s, die sind der Hammer. Ach so. Die ganzen Was-die-sind-der-Hammer. Ich so, was? Der Hammer? Der Hammer? Okay. Upgrade. Eintrinken. Bis zwei trinken. Ist das ein Deal? Es ist ein Deal. Ich warte gar nicht auf die Reaktion. Es geht los. Es geht los. Ich müsste das Decay-Ding umcraften. Das mache ich nur, wenn ich da High-Versa-Krit. Ja. Wenn das Ding High-Versa-Krit ist. Wenn der Rated Raptor-Hide-Bindings sind die High-Versa-Krit. Dann wäre das nämlich Biss. Und dann würde ich komplett gebumst sein. Bitte sei da Mastery drauf und... Haste. Fuck! 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 Als ob der letzte Key jetzt ein Biss trinken... Komm, ey. Machen wir es wie letzte Woche? Ich muss zwei trinken. Wir machen aber erst die Cam aus und dann ist eh vorbei. Was ist deine Meinung zu Butter? Ist Butter gesund? Was hast du jetzt für ein Problem? Was ist jetzt... Was ist deine Mission? Was bist du jetzt für eine Butterbirne? Okay, Chat, darauf antworten wir gleich. Ist Butter gesund? Ja oder nein? Das kommt erst, nachdem wir den rausgenommen haben. Wir müssen zwei trinken. Scheiße. Ist okay. Machen wir. Eins. 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 Zwei. Das ist jetzt der Inhalt der Flasche. Also ist noch ein bisschen was drin. Reicht aber auch jetzt. So. So. Wir müssen 60 Aspects Dreaming Quest farmen. Und dann das Ding umwandeln. Weil wir das Ding anziehen. Und dann müssen wir das aufnehmen. Können wir denn überhaupt Decay auf... Ne, ne? Geht gar nicht, ne? Wir müssen das ja auf den Gürtel machen dann. Muss. Geht da nicht anders. Oder Kopf. Kopf würde auch noch gehen. Aber da ist Haze Crit drauf. Doch, Kopf würde auch noch gehen. Darüber haben wir letztes Mal auch schon gesprochen, ne? Jetzt weiß ich auch, warum wir letztens darüber gesprochen haben. Ich wollte gerade sagen, ich habe ein Déjà-vu. Wir haben darüber letztes Mal gesprochen. Weil ich letztes Mal schon den Crit... Wir machen Feierabend, Chet. Ich wünsche euch auch noch einen schönen Abend. Sagt mal Tschüss an YouTube alle. Sagt Tschüss. Tschüss YouTube. Tschüss. 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 Kommt vorbei. Twitch-Link steht danach. Könnt ihr anklicken. Macht mit. Macht nächstes Mal. Macht's scheiße. Bis dann. Ciao. Ciao. Tschüss. 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 Vielen Dank.